Sarah Lorencic ist Spenderkind. Schlagzeilen wie diese sind für sie eine Katastrophe. Das Schlimmste, was passieren könnte, ist wahr geworden. Nämlich, dass ein Mann hunderte Kinder zeugt, ohne über irgendwas nachzudenken, was das am Ende für Konsequenzen haben könnte. Sarah Lorencic, vor 10 Jahren haben wir sie bereits kennengelernt, auf der Suche nach ihrem leiblichen Vater. Sie wusste jahrelang nichts davon, dass ihr Papa nicht ihr genetischer Vater ist. Ihre Mutter hatte das Geheimnis wohl gehütet. Als meine Mutter mir sagte, mit 18 Jahren, dein Papa ist nicht dein Papa, ich fiel in ein Loch. Es ging mir vorher nicht gut. Ich habe mich in der Familie gefühlt wie ein schwarz Schaf. Wurde auch nicht ganz so akzeptiert als die, die ich bin. Und habe mich auch selbst nicht akzeptiert als die, die ich war und die ich heute bin. Am 8. März 1991 kommt Sarah in Bochum zur Welt. Sie hatte eine unbeschwerte Kindheit. Doch durch das Geständnis ihrer Mutter gerät ihr Leben aus den Fugen. Und als ich dann wusste, dass mein Vater nicht mein leiblicher Vater ist, war für mich alles klar. Ich wusste, ich muss meinen leiblichen Vater finden, um dadurch auch mich ein Stück weit mehr zu finden. Wir treffen Sarah bereits 2013 und begleiten sie auf der Suche nach ihren Wurzeln. Sie findet heraus, dass ihre Mutter Anfang der 90er Jahre in dieser Klinik in Essen behandelt wurde. Mit solchen Samenspenden, die hier tiefgekühlt zu Tausenden gelagert werden. Sie möchte die Daten ihres Vaters herausfinden und kontaktiert die Klinik. Doch diese weigert sich. Der Spender soll geschützt werden. Das ärgert sie bis heute. Die Ärzte müssen verstehen, dass ihre Aufgabe nicht dort endet, wo sie das Sperma verkauft haben. Es entstehen Familien, es entstehen Kinder, Menschen, die erwachsen werden. Und sie müssen auch dafür Sorge tragen und Verantwortung übernehmen, dass diese Kinder, Menschen, irgendwann die Möglichkeit haben, den Spender zu finden. Damals gab es keine Dokumentationspflicht über Fruchtbarkeitsbehandlungen und keine Verpflichtung, die Spenderdaten herauszugeben. Genau das aber möchte sie unbedingt erreichen. Man denkt einfach ganz oft darüber nach. Man stellt sich Fragen und will immer was über den Spender wissen. Keiner kann sie ihm beantworten, außer der Spender selbst, den man nicht kennt und wahrscheinlich auch nicht kennenlernen wird. Das ist ein doofes Gefühl. Traurig. Sarah nimmt sich einen Anwalt, will die Herausgabe der Spenderdaten ihres Erzeugers gerichtlich erzwingen. Egal, ob dem Samenspender Anonymität zugesichert wurde und ihre Eltern dies auch unterschrieben haben. Fast vier Jahre lang hat Sarah mit ihrem Anwalt vor Gericht dafür gekämpft, zu erfahren, von wem sie abstammt. Im Februar 2013 findet schließlich der Prozess vor dem Oberlandesgericht Hamm statt, in dem ihrer Klage stattgegeben wird. Und die Klinik offenlegen muss, wer der Vater ist. Ein Urteil, das in die Geschichte der Bundesrepublik eingeht. Ich bin froh, dass ich das damals gemacht habe, dass ich geklagt habe. Ich kämpfe mit dem Prozess auch für alle Spenderkinder. Und ich war die Erste, die geklagt hat. Und heute berufen sich nun mal alle auf diese Klage und auf das Urteil. Und das ist großartig. Weil man bringt damit ja auch ein Opfer. Man erzählt seine Geschichte, die sehr privat ist. Das tat sie damals ganz bewusst. Kurz nach dem Gerichtsurteil bei Stern TV. Viele haben heute gemut gemacht, da geht es um Geld, da geht es um Unterhalt und dergleichen. Ja, also Geld auf gar keinen Fall. Also ich habe gar keine finanziellen Ansprüche. Ich will einfach nur kennenlernen. Ich will nichts Großes. Ich brauche auch keine Beziehung. Also keine dauerhafte Beziehung? Nein, gar nicht. Einmal kennenlernen und vielleicht ein paar Fragen. Vielleicht auch zwei oder drei Gespräche, um sich ein bisschen näher kennenzulernen. Und schon kurze Zeit später hat sie ihren Spendervater gefunden. Wir haben so viel gemeinsam, wirklich schöne Dinge. Und es hat mir so gut getan. Ich habe mich viel mehr gelernt zu akzeptieren, so wie ich bin. Weil ich weiß, da ist noch jemand, der hat das vielleicht auch. Ganz wichtig ist für sie, dass alle in der Familie Bescheid wissen. Ihrem Sohn hat sie schon früh erzählt, dass er zwei Opas hat und warum. Und das hat sie bis heute nicht bereut. Also für uns ist es ein Familiengewinn. Für mich ist es eine unglaublich neue, vertraute Person in meinem Leben. Jetzt seit zehn Jahren. Für meinen Sohn, ich bin selber Mutter, ist er wie ein Großvater geworden. Und wir leben einfach eine moderne Familienkonstellation, würde ich sagen. Und ich verstehe nicht, wie da jemand was gegen haben kann und warum Spende anonym bleiben sollen. Und so möchte sie auch wissen, wer ihre Halbgeschwister sind. Sie selber hat sich in allen DNA-Datenbanken, die es gibt, registriert. Und hat hier sowohl ihre als auch die persönlichen Daten ihres Spendervaters eingegeben. Jahrelang war ich da nur mit meinem Spender registriert. Und dann ploppte auf einmal, ploppten zwei Halbgeschwister auf. Zwei Halbgeschwestern in dem Fall. Und so habe ich die gefunden. Oder wir uns. Insgesamt hat sie bisher drei Halbschwestern. Eine vergleichsweise geringe Zahl. Denn sie weiß mittlerweile, dass Halbgeschwistergruppen immer größer werden. Wir wissen von vielen großen Gruppen. Wir im Verein Spenderkinder haben die größte Gruppe von 20 Halbgeschwistern. Und im Außen gibt es eben wesentlich mehr. Wir wissen auch, dass es auch in Deutschland eine Samenbank gibt, wo ein Spender eine Kinderanzahl im dreistelligen Bereich hat. Und die Gefahr, dass man dann ja auch jemanden treffen könnte und sich vielleicht an jemanden verliebt, mit dem man eigentlich verwandt ist, die wird ja immer größer. Deshalb möchte sie, dass es endlich gesetzliche Regelungen gibt, die auch die Spenderabgaben kontrollieren und limitieren.